Das Projekt Supermama ist ein EU-Projekt im Rahmen von Future and Emerging Technology. Das ist ein kollaboratives Projekt, wo wir mit der Universität Basel, mit EPFL Lausanne, mit MS Vision in Almere, mit Single Quantum in Delft und mit uns selber zusammenarbeiten. Und es ist ein ganz spannendes Projekt, weil es sehr interdisziplinär ist. Es hat verschiedene Aspekte. Es geht insgesamt um Quantenmethoden für die Molekülphysik und Massenspektroskopie. Deswegen heißt das Projekt auch Supermama, weil es um supraleitende Massenspektroskopie und Molekülanalyse geht. Das ist also ein Akronym, das Supermama. Das hat verschiedene Aspekte, nämlich die Erzeugung von kontrollierten, ladungskontrollierten Biopolymeren, also Proteinen insbesondere im Moment, deren Nachweis oder Filterung in der Massenspektroskopie, und da müssen neue Elemente erzeugt werden, und die Detektion durch supraleitende Nanodrahtdetektoren. Diese verschiedenen Aspekte werden von den Teilgruppen beigetragen. Die Partner in Basel produzieren photochemische Tags, die an die Proteine angelagert werden können, also kovalent gebunden werden und dann von uns wieder mit einem Hochleistungslaser selektiv abgespalten werden können, sodass wir, wenn diese Text dann Ladungen tragen, die Ladungen kontrolliert an einem Ort seiner festen Zeit selektiv runternehmen können. Also das ist eines der Ziele, dass wir halt die Ladungen von Proteinen Ort und Zeit aufgelöst kontrollieren können und auf die halt sehr niedergeladene Proteine erzeugen können, neutrale Proteine erzeugen können und eventuell eben auch Proteine wieder nachionisieren können. Fotoionisation von Proteinen ist sehr schwer. Das hat viele Gründe, hat damit zu tun, dass die Ionisationsenergien sehr hoch sind, dass aber auch wenn schon mal Elektronen ausgelöst werden, sie wieder eingefangen. Der zweite Teil ist halt dann die Selektion dieser niedergeladenen Proteine und die sind sehr massiv. Die wiegen sowas wie 100.000 Wasserstoffatome zum Beispiel. Das ist ja eine ganz große Masse und das ist eine typische Proteinmasse zwischen 50.000 und 100.000 oder einigen hunderttausend Wasserstoffatome. Die zu selektieren ist typischerweise eine Aufgabe von Flugzeitmassenspektrometern oder Quadrupolmassenspektrometern, aber bei den niedrigen Ladungen ist es typischerweise nicht so leicht, die Quadrupol zu selektieren, also in den kommerziellen Instrumenten zu selektieren. Deswegen arbeiten wir da mit MS Vision in Almerien, also in Holland zusammen, um halt bessere massenspektroskopische Methoden zu entwickeln, eben auch die großen Massen noch gut selektieren zu können. Ein großes Problem generell in der Massenspektroskopie ist sehr massive, langsame, niedergeladene Teile zu detektieren. Die massenspektroskopische Detektion geht generell über Sekundärelektronenemissionen. Das ist einfach, wenn die Teilchen sehr schnell sind. Man braucht typischerweise eine Mindestgeschwindigkeit von 20.000 Metern pro Sekunde, das ist wirklich schnell. Und diese Geschwindigkeiten für sehr massive Teile, sehr massive Objekte zu erzielen, erfordert halt sehr hohe Nachbeschleunigungsenergien. Und das ist generell etwas schwer zu machen, deswegen ist die Frage, kann man Detektoren bauen, die halt auch noch für sehr viel kleinere Energien sehr effizient sind? Und da kommt jetzt Single Quantum mit rein, also die Firma Endelft. Die sind Spezialisten für Nanodrahtdetektoren aus Neoptitanitrit. Das sind also kleine, dünne Strukturen, die sehr empfindlich auf eingetragene Energie reagieren und die ändern ihre Eigenschaft von Supraleiten zu Normalleiten, wenn sie halt Energie absorbieren. Natürlich ist der Traum, das später noch zu viel größeren Arrays zusammenzustellen, dass man eine ganze Kamera daraus bauen kann, die wirklich gut ortsauflösend ist, energieauflösend ist, zeitauflösend ist und eben diese hohe Energieempfindlichkeit hat. Als fünfter Partner ist dann eben noch EPFL dabei mit Eduardo Charbon und seiner Gruppe und die sind dann speziell verantwortlich dafür, dass sie die Multipixel-Elemente auch cryogen auslesen können, also bei tiefen Temperaturen auslesen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.